Sie haben viele Spieler gekauft. Wir werden sehen. Ich weiß zwar nicht wie. Es ist der einzige Club der Welt, der kein Geld hat, aber jeden Spieler holen kann. Das ist verrückt für mich, aber irgendwie finden sie Lösungen. Keine Ahnung wie, aber sie haben ein besseres Team als letzte Saison.